Herr Direktor Steiner, wir freuen uns, dass wir Sie als Partner gewinnen haben können. Was ist Ihre Motivation? Schon unser Firmengründer, Erzherzog Johann, handelte immer zum Wohle der Menschen. Das Thema Gesundbauen, Arbeiten und Wohnen passt natürlich in die heutige Zeit und sehr gut zu unseren Unternehmen. Und so war die Zusammenarbeit mit dem Baubiologischen Beratungszentrum, kurz BBM, auch eine logische Schlussfolgerung daraus. Sie haben nun einen ersten Schritt gesetzt und ein neues Versicherungsprodukt entwickelt. Ja, das ist richtig. Für diese Produktinnovation war natürlich auch die Zusammenarbeit mit der BBM mitverantwortlich. Die Grave Sanierungsvorsorge soll Sie schützen, damit Sie bei zukünftig anstehenden Sanierungsfällen nicht in die Sanierungsfalle geraten. Und wie funktioniert dieses Versicherungsprodukt? Es handelt sich hierbei um eine finanzielle Vorsorge. Hier können Sie mit individuell wählbaren, kleinen Monatsbeträgen für den Fall einer energetischen Haussanierung, sprich Wärmedämmung, aber auch für eine Badezimmer- oder Küchensanierung entsprechend finanziell vorsorgen. Das ist ein sehr interessantes Vorsorgeprodukt. Wie kommt man dazu? Hierfür stehen Ihnen rund 460 Kundenberaterinnen und Kundenberater in über 50 Geschäftsstellen der Kratzer wechselseitigen Versicherung in der gesamten Steiermark zur Verfügung. Scheuen Sie sich nicht und sprechen Sie uns darauf an. Kann man diese Information auch noch woanders abrufen? Zur Grave Sanierungsvorsorge, aber auch zu allen anderen Produkten der Kratzer wechselseitigen Versicherung steht Ihnen natürlich auch unsere Homepage zur Verfügung unter www.grave.at. Und auch auf der Homepage der BBM finden Sie den Link zu unserem Produkt. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, wie ein Traditionsunternehmen, das schon 189 Jahre am Markt besteht, die Zeichen der Zeit erkennt und danach handelt. Die Grave Sanierungsvorsorge ist ein erstes Produkt, das aus der Zusammenarbeit der Kratzer wechselseitigen Versicherung mit dem Baubiologischen Bauberatungszentrum BBM Graz entstanden ist. Gemeinsam arbeiten wir nun an weiteren Produkten, die sowohl für Hausbesitzer, wie auch Wohnungseigentümer, aber auch für Mieter von großem Interesse sind. Ein für viele Menschen sehr wichtiges Thema wird mit einem Beratungsservice für Probleme mit Schimmelpilzen, E-Smog und Umweltgiften in Gebäuden, Büros und in Wohnungen abgedeckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017